Die wollen unbedingt den höchsten haben. Zehn Meter höher als das Panoramahaus in Dornbirn. Wir suchen aber den Mini Funken. Macht mit bei der Mini Funken Challenge. Schickt uns ein Foto mit dem Hashtag Mini Funken von eurem schönsten Mini Funken und gewinnt einen richtig guten Luschnorbrient. Wie ihr genau mitmachen könnt, lest ihr in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.